Alle Spiele der DEL, live auf Telekom Sport. Das sind so Geschichten immer, das zeichnet einfach auch einen guten Trainer aus. McQueen. McQueen und das 1 zu 0 für die Eisbären. Und Sven, man höre und staune, es ist tatsächlich auch noch ein Powerplay-Tor für die Eisbären. Und zwar nur noch ein Powerplay-Tor. Wer ist nur ein Powerplay-Tor für die Eisbären. Genie etwas für die Eierkarte. Das war die Eierkarte. Ich kann es noch ein Powerball-Tor für die Eisbären. Ich kann es noch ein Powerball-Tor für die Eierkarte. Ich kann es noch mal aufhören. Ich kann es Convention und es auch wieder aufhören.